willkommen auf meinem kanal heute werden wir karamell machen und zwar die billigste variante sie benötigen dafür gezuckerte condensmilk oder gesüßte condensmilk und das kannst du überall finden überall erster schritt das abnehmen genau wie ich euch zeige zweiter schritt in einem topf geben und zwei stunden kochen lassen nicht zu vergessen zu decken und das wasser und wenn das wasser wenig ist nachfüllen wie gesagt zu decken und zwei stunden kochen lassen nach zwei stunden rausnehmen lassen sie die dose nach zwei stunden gut abkühlen und öffnen sie sie um die magie zu sehen voila ist das nicht wunderschön ich liebe diese karamell weil es sehr kreml ist kann man für töte hernehmen wenn du dieses video magst kannst du bitte teilen mit familien freunden und jedem dankeschön und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal